Wir sind Zschäbel! Hallo, mein Name ist Erik, ich bin Produktionsmechaniker im zweiten Lehrjahr hier bei Zschäbel. Zschäbel ist ein internationales Unternehmen mit über 200'000 Mitarbeitern an weltweit 29 Standorten. Ich zeige euch jetzt einen kleinen Hinblick in meinen Berufsautagen durch unser eigenes Lehrliches Westen. Legt die Schutzpro an und kommt mit Safety First! In der Schweiz bilden Zschäbel über 100 Lernende aus. Und mit den Lernenden haben wir ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Wir Produktionsmechaniker fertigen mit grossen Maschinen wie dieser vor mir verschiedenste Werkstücke. Die verschiedenen Werkzeuge muss ich bedienen, sodass ich die Teile wie verlangt produzieren kann. Die Abwechslung der verschiedenen Maschinen macht aus jedem Tag eine neue Herausforderung. In unserer Lehrlingswerkstatt lernen wir die mechanische Grundausbildung in den ersten zwei Jahren. Eine gute Stimmung untereinander und eine gesunde Unternehmenskultur ist Zschäbel wichtig. Dass wir mit unseren Produkten Patienten helfen, inspiriert mich jeden Tag. Bei uns in der Firma Zschäbel hat die Produktionsmechaniker die Möglichkeit eine CNC-Ausbildung wie beim Brüderberuf und Polymechaniker zu bekommen. Bei uns wird die Leistung belohnt und wenn man will, kann man viel erreichen. Du hast jetzt einen Einblick in meinen Berufshalltag als Produktionsmechaniker gesehen. Wenn es dir gefallen hat, dann bewirb dich doch bei uns und wird ein Teil von Zschäbeln. 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 Zschäbeln.